ist admiral markets ein sicherer broker in diesem video geht es um einen test und erfahrungsbericht zu diesem forex und cvd broker mein name ist andré von intelligentes trading und ich habe vor einiger zeit schon mal einen erfahrungs und testbericht über diesen blogger gemacht seitdem hat sich hier einiges verändert und das möchte ich euch auch in diesem video mitteilen worum geht es genau in diesem video wir schauen uns einmal die software an die handelsplattform von admiral markets wir schauen uns die kontomodelle zusammen an welche möglichkeiten gibt es für trader wie läuft die ein und auszahlung ab das werde ich euch auch zeigen und wir werden einfach mal generell über ein paar fakten beziehungsweise eigenschaften des brokers reden wenn wir hier schon mal gucken auf der hauptseite den link dazu findet ihr auch unten in der beschreibung dort sehen wir gleich sie haben hier gerade ein angebot dax und dow jones ohne spreads handeln aufgrund dieses geburtstages hier könnt ihr den dax und dow jones bei einer neuen kontoeröffnung ohne spread handeln das ist doch mal ein super angebot eben per cfd und lohnt sich auf jeden fall warum admiral markets genau warum sollte man sich für admiral markets entscheiden werde ich euch auch mal ein bisschen hier was zu erklären und zwar haben sie hier verschiedene kontomodelle die werde ich euch später auch noch zeigen für um jeden trader angepasst für leute die viel day traden zum beispiel für leute mit längeren positionen und so weiter wenn ihr ein größeres konto dort eröffnen wollt könnt ihr euch auch ein spezielles angebot einholen ab circa 20.000 euro ein zeitung gibt es dort spezielle angebote der brokers natürlich lizenziert und reguliert einmal in großbritannien dann sind sie auch noch mal in der europäischen union unter der mifid reguliert beziehungsweise sie handeln nach den vorschriften sind außerdem noch im register der bafin also der deutschen finanzaufsicht dann bieten sie schulungen analysen da gehe ich auch noch mal später ein bisschen genauer drauf ein also ihr habt dort bei diesem broker fast jeden tag live trading ich habe persönlich das angebot noch nicht genutzt weil ich einfach nicht brauche der fast jeden tag live trading der kunden support ist in deutschland also wir haben auch hier ein kunden center vor ort und zwar in berlin es steht auch hier noch mal sie erreichen kein callcenter sondern experten mit fachwissen das auch noch mal ein sehr sehr guter punkt ein wirklich großer vorteil bei diesem broker dass wir hier kein callcenter haben sondern wirklich einen von anderen markets entwickeltes kunden center mit auch festen mitarbeitern ja ganz normal per telefon e mail oder chat kann man ja den support erreichen falls ihr aber auch noch wirklich probleme habt ihr kriegt ein trade nicht geschlossen oder sowas dann könnt ihr auch direkt im trading desk anrufen das ist dann allerdings in großbritannien und auch auf englisch dann schließen die da das manuell das geht natürlich auch ja über uns schauen wir uns das noch mal an admiral markets ist seit 2001 am markt und ist mittlerweile zu einem richtig großen forex und cfd broker geworden wir sind reguliert natürlich habe ich euch schon gesagt und jetzt schauen wir uns mal die kontomodelle an also was gibt es hier bekommen modelle nicht noch mal auf die startseite hier wird auch schon gleich angezeigt wenn ich mal hier die besten trading konditionen und da sehen wir gleich hier gibt es drei verschiedene sachen einmal das standard konto hat mir der markt ist das ein typisches spread konto da wo der broker eben am spread verdient dieses konto kann man ab 200 euro einzahlung eröffnen demo konto sollte klar sein ist hier kostenfrei verfügbar barren markets jetzt werde ich auch schon gerade angeschrieben und chat fenster öffnet sich also direkt auch fragen auf der homepage wenn ihr irgendwas möchtet ja wie gesagt mindesteinzahlung 200 euro bei dem standard konto meine spread konto hier haben wir verschiedene währung 31 wir haben sogar jetzt auch crypto währungen bei admiral markets wurden neu hinzugefügt wir haben metalle energie index index futures wir haben us-aktien 64 stück und wir haben auch zins tief dies hier steht gerade nicht dass sie eu-aktien haben sie müssten aber auch eu-aktien haben das sehen wir mal hier moment eu-aktien müsste es auch geben wo war es ja scherz tief dies eu gibt es auch noch bmw zum beispiel sehe ich gerade eben die ganzen abkürzung für eu-aktien deutsche bank und so weiter gibt es natürlich auch stand steht ziemlich auf der homepage aber das gibt es wir haben hier ein hebel von 1 bis zu 500 marken dann kann man auch manuell einstellen 1 zu 10 ist der minimale hebel die spreads sind hier ab 0,8 vergleicht das wirklich mal mit anderen brokern ihr habt ihr bei admiral markets wirklich die niedrigsten spreads in diesem normalen spread konto eben und der die tics als forex in 0,0001 also die skalierung des preises hier rechts an der seite ist damit gemeint jetzt auch unterschiede bei manchen broker ja dann gibt es das admiral prime konto das gibt es ab 1000 euro das ist ein e 10 konto also möglich ist jetzt ein konto da seid ihr direkt an der börse werde durchgeleitet ihr habt hier inter banken spreads also ab 0 pips möglichkeiten spreads und welche gebühren zeit man da der zeit man maximal drei euro pro einem lot positionsgröße würde ich jetzt hier ein lot euro es dauern gehen zum beispiel müsste ich diese drei euro direkt am anfang zahlen und wir haben hier zum beispiel hohes dollar 0 pips und 0,1 pips das breit ist wirklich sich richtig gut wir haben 44 währungen in diesem konto und 3 cfd ist es halt speziell für leute die forex traden dieses admiral markets prime konto ecn auch speziell für daytrader sage ich mal vor allem die leute die mit viel die viel handeln können hier deutlich an gebühren sparen in diesem admiral prime konto dann gibt es noch das admiral markets mt5 konto auch ab 1000 euro verfügbar wir haben 26 währungen hebel maximal 1 zu 100 hier ist es so dass man spreads ab 0,2 hat und dann die gebühren also die kommission zahlt von 0,003 prozent des handelsvolumen persönlich habe ich dieses konnte noch nicht genutzt ich kenne nur diesen beiden kontos konnten und deshalb kann ich hier auch ein bisschen mehr darüber sagen das habe ich noch nicht benutzt das auch neu der meter 5 ist sowieso neu als handelsplattformen was gibt es für handelsplattformen wir haben metatrader 4 ist der standard metatrader dann hat natürlich für den browser gibt es den metatrader 4 auch von admiral markets und dem metatrader 5 für das handy gibt es natürlich dann auch die metatrader 4 app da müsst ihr euch dann einfach nur mit eurem account einloggen und seid direkt an der börse über admiral markets verbunden dann gibt es noch ein kleines special das ist zwar der metatrader 4 supreme edition das kann sich jeder kostenlose runterladen das ist sind das das sind kleine widgets hier steht normales beschrieben also die des den handel deutlich vereinfachen können ihr könnt hier zum beispiel über das hier das mini terminal könnt ihr sehr sehr gut und übersichtlich positionen eröffnen und schließen das ist auch noch mal großer vorteil von diesem mini terminal habe ich auch schon manchmal benutzt momentan nicht aber wer das mag kann das auch benutzen gibt es auch zum beispiel den auto chart ist der euch ist jetzt nicht aufgezeichnet der euch zum beispiel trendlinien und so weiter alles automatisch einzeichnet gibt es auch bei dem markt das ja auch noch mal vorteil von diesem block also wir fassen mal zusammen was haben wir für vorteile bis jetzt von diesem rocker zum beispiel hier dieser vorteil dass wir dax und dow jones für null spreads handeln können das ist der wahnsinn dann die spreads schauen wir uns hier noch mal an also wir sehen hier beim dax der typische spreads bei 0,8 das ist deutlich billiger beim zieht die handel als bei anderen brokern muss ich sagen die man anderen broker haben dann alle ab 1 plus 1,5 spread hier beim euro s dollar bei den währungen ist auch relativ niedrig vergleich das selber mal mit anderen brokern ich möchte jetzt hier in diesem video keinen anderen woge öffnen weil das video über den markt geht aber ihr könnt es ja selber vergleichen ihr seid ja nicht blöd so admiral markets prime hier sehen wir auch noch mal die typischen spreads 0,4 ok sind jetzt jedoch ist doch ein bisschen höher nicht nur 0,0 da muss ich sagen da gibt es auch broker die haben ja niedrige niedrigeren spread bar admiral markets bei einem ecn konto muss ich sagen die sind allerdings nicht in deutschland ansässig da kann ich einen anderen broker aber dennoch hier nur 0,4 und 0,6 zum beispiel im funko ist da könnt ihr auch selber mal vergleichen das würde ich so als kleinen nachteil sehen dass hier bei dem ecn konto doch ein bisschen spread drauf ist ok ein und auszahlungsmöglichkeiten sind auch hier transparent aufgelistet also wir haben hier kreditkarte scroll neteller bank überweisung sofort überweisung alles dabei womit man eben einzahlen und auszahlen kann sollte kein problem sein für einen trader ein und auszahlen über das tun sie kostenlos dem metatrader habe ich schon paar worte verloren das können könnt ihr euch selber kostenlos runterladen ist ganz cool für leute die das mögen ich persönlich bin nicht so ein fan davon also ich benutze es nicht persönlich dann habe ich ja noch mal erwähnt man kann hier ein spezielles angebot anfordern auch ab 20.000 euro einzahlung da kriegt man auch mal für daytrader die im jahr speziell forex handeln und zieht dies persönlich angebote ab 20.000 euro einzahlung das heißt sie können noch mal günstige spreads bekommen und eventuell dann noch mal selber nennen selber ein angebot rausschlagen hier sich auch gerade ist es sogar bonus möglich je nachdem wie aktiv man traded auf die 20.000 euro einlage ist auch sehr sehr gut ich persönlich habe es nicht benutzt ich habe weniger als 20.000 eingezahlt ja gut dass soweit zu diesem thema wer ein grösseres konto möchte kann sich hier spezielle konditionen sichern dann gibt es markt technik und live trading mit daytrader jochen schmidt hier unter webinare seht ihr deutlich welche verfügbar sind die handel die morgen session und eben auch die nachmittags session entweder der jochen schmidt jetzt auch ziemlich bekannt ich müsste mal auf youtube suchen dann gibt es noch andere im jahr moderatoren natürlich alles deutschsprachig und ihr habt eigentlich jeden tag den webinar woran ihr teilnehmen könnt das wird hier offiziell live trading auch durchgeführt so dass man auch als user damit trainen kann natürlich auf eigene gefahren wisst ihr bescheid schauen wir uns noch mal kurz im metatrader 4 an in meinem ja in meinem metatrader 4 konto marktübersicht ist jetzt irgendwie rechts ok hier haben wir schon deutlich hier sehen wir noch mal alle währungspaare aktien und so weiter die verfügbar sind ist eine menge hier unten jetzt auch die crypto währungen die kommen ich denke dieser markt hat noch ein großes potenzial also sehr sehr interessant schauen wir uns mal auf das plus da sehen wir die hauptwährungspaare dann sehen wir die metalle in die c ist natürlich alles dabei als tief die spawns haben wir im energien index cfd-aktien aus der eu und so weiter also wir haben hier wirklich alles dabei was man braucht wer braucht dazu auch eigentlich nicht zu sagen ich kann ab mir markt ist einfach nur empfehlen ihr habt die vorteile gehört was wir haben wir haben einmal ich gehe noch mal auf die startseite deutsches kundencenter wir haben den deutschen support natürlich deswegen auch wir haben eine kleine mindesteinzahlung ab 200 euro zusätzlich ist der broker noch ausgelegt für größere konten natürlich wir haben verschiedene kontomodelle die habe ich euch auch eben erläutert für die leute die viel daytrading machen empfehle ich hier dieses atme prime konto zumindest für den volksbereich für den cfd bereich sind ja auch die gebühren wirklich sehr niedrig wir sehen hier die spreads beim deutsch oder dax sind jetzt hier gerade auf null regulär bei eben 0,8 das ist sehr sehr niedrig und optimal auch für das daytrading mit cfds dann haben wir spezielle features für die handelsplattform wer das mag kann es nutzen und wir haben live webinare live tradings analysen was ihr wollt wenn man hier auf analysen geht da habt ihr eine menge ich kann jetzt hier natürlich nicht auf jedes analyse teil eingehen in diesem videos würde viel zu lange dauern sollte euch nur mal einen kurzen überblick über diesen broker geben was man hier erwarten kann link dazu findet ihr übrigens unten in der beschreibung da findet auch noch mal zu meinem test und erfahrungsbericht auf meiner homepage findet ihr noch mal hier alle informationen zusammengefasst der link findet ihr auch in der beschreibung lässt euch das auf jeden fall noch mal durch wenn ihr interessiert seid an admiral markets jetzt bin ich ein bisschen aus dem konzept aber ich werde ich war durch mit den vorteilen was dieser blogger bietet ihr könnt euch selber ein bild drüber machen schaut euch selber mal an link ist in der beschreibung ich kann nur sagen top broker und ich hatte hiermit noch keine probleme so das war es auch zu diesem video ich würde mich über daumen nach oben freuen schreibt mir in die kommentare was haltet ihr von diesem blogger wenn ihr hier schon handelt beziehungsweise hier schon account habt könnt ihr auch mal unten reinschreiben wie findet ihr diesen blogger seid ihr zufrieden oder nicht ansonsten lasst mir ein abo da und einen daumen nach oben tschau